Der beliebteste Drache Deutschlands hat Geburtstag. Happy Birthday Tabaluga! Und wenn er eine Party schmeißt, sind alle dabei. Und er ist natürlich auch da. Die Legende. Ein Abend voller Erinnerungen und Überraschungen. Wer steckt unter AXOS? Die große Show mit Peter Maffay und Freunden. Happy Birthday Tabaluga. Ostermontag um 20.15 Uhr in Sat.1.